Ställe mit mehr Platz, Strohhaltung mit Auslauf und gentechnikfreies Futter lassen unsere Schweine artgerecht heranwachsen und sind die Basis für ein hochwertiges Endprodukt. Zu 100 Prozent aus Österreich. Und dass wir unseren Kunden nichts auftischen, belegt das Tierwohl-Siegel, das wir als geprüfter Betrieb einsetzen dürfen. Ganz Österreich weiß, Frische gibt's zum Hoferpreis. Denn unser Fährhof Schweinefleisch steht für Tierwohl, das man schmeckt. Hofer, da bin ich mir sicher.